BODY'S PRIME TV Hallo, hier ist Wolfgang Frank. Wir sind wieder bei BODY'S PRIME TV und heute sind wir zu Gast bei einer Legende. Eigentlich bei zwei Legenden. Ja, und zwar bei Peter Bosch, Mr. Universe und Ronald Mads. Mr. Universe. Peter, wann war das? 1990. Mr. Universe in Australien. Ronny? Mir war es 85. 85. Also, da habt ihr alle noch einen langen Weg und wie ihr seht, Peter, einmal jetzt kommen und zeigen Ronny, das ist los. Einmal. Ronny kommt gerade vom Schlager-Move. Da passen so ein Zehnmann hin. Das kann doch nicht hergehen. Ja, also. Alles Oldtimer. 70 Jahre alt übrigens. Ja, Monny? 53, 63. Also drei Generationen. Dann geht mal Gers, trainiert schön. Guckt euch die Filme schön an. Und vielleicht, wenn ihr 70 seid, seht ihr auch noch so aus. Okay? Hochschul. Grüße. Ratsch. 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 Vielen Dank.